Willkommen zur ersten Road to Glory in FC24. Es wird Trading-Tipps geben, Markt-Updates, Spieler-Reviews und noch vieles mehr. Doch bevor wir in die Road to Glory starten, müssen wir als allererstes unsere Einstellungen machen. Die sind immer ganz wichtig und variieren hier auch ein kleines bisschen individuell. Deswegen entscheidet euch selber dazu, ob ihr meine einzigen Einstellungen da kopieren wollt oder ob ihr da diese vielleicht ausprobieren wollt oder ob ihr vielleicht andere Einstellungen habt, die für euch besser funktionieren. Bei manchen Pässen muss man Semi machen, bei manchen Pässen muss man mit Hilfe machen. Das Ganze solltet ihr auf jeden Fall vorab schon mal ausprobieren und das Ganze machen wir auch im Menü, damit die Sachen direkt gespeichert sind und wir nicht immer wieder diese ganzen Einstellungen machen müssen. Als nächstes habe ich noch die Kameraeinstellung für euch vorbereitet und diese Kameraeinstellung, da gibt es eigentlich nur zwei Varianten. Entweder ihr nehmt Coop oder Tele als Übertragungsvariante. Dann müsst ihr nochmal individuell die ganzen Sachen einstellen, auf die Kamerahöhe auf ganz nach oben und den Kamerazoom auf ganz niedrig, sodass wir eine gute Perspektive haben. Als nächstes wählen wir noch unsere Trikots aus und das ist Real Madrid auf jeden Fall an der Stelle und die Trikots von Galaxy und auch das Wappen von den Königlichen ist da und so sieht auf jeden Fall unser Starter-Team aus. Wir haben die französische Nationalmannschaft da genommen. Ich weiß nicht, das war glaube ich noch aus der Web-App, deswegen hatten wir da auf jeden Fall schon die Franzosen ausgewählt, aber so geht das Ganze auf jeden Fall weiter. Das ist das Team. Bisher steht das Team noch absolut nicht. Deswegen müssen wir in dieser Folge alles daran setzen, auf ein Gold-Team zu kommen und fürs allererste haben wir natürlich einige SBCs abgeschlossen. Für diese SBCs gibt es Bronze-Packs und wer hat nicht mehr Bock am Anfang auf Bronze-Packs als wir? Das ist fast genauso gut wie die ganzen Nationalhymden-Dinger, die wir nicht skippen können, damit wir einfach die Packs öffnen können. Wie geil ist das, Leute? Und zwar, wir gehen ins erste Pack rein und da haben wir einen Bronze-Spieler drin. An der Stelle, Leute, möchte ich euch auch sagen, der Markt aktuell in FIFA ist sehr krass am Schwanken. Der geht gerade wieder deutlich, deutlich nach unten und auch hier sehe ich in der nächsten Zeit kein besonderes Hochkommen. Also Karten wie Raphael Leão, wie Dembélé, die gerade alle schon gesunken sind, denke ich mal, werden auch in der nächsten Zeit weiter sinken. Wahrscheinlich nicht so krass wie manche anderen Spieler. Also ich denke so diese Price-Range bis 50, 60k, die Spieler, die werden richtig krass droppen. Karten, die da drüber sind, werden auch heftig droppen, aber die werden auf jeden Fall am Ende keine Null-Coins mehr kosten. Dementsprechend schaut, dass ihr so manche Spieler, die in dem Preisbudget von 50, 60k sind, dass ihr die irgendwie ersetzt bekommt in eurem Team mit Untradable-Spielern, dass ihr das auf jeden Fall irgendwie zusammenbekommt. Und hey, wir haben Coins bekommen. Wir haben die ersten 100 Coins in der Road to Glory gesammelt. Ist das nicht geil? Es ist geil. Auf jeden Fall versucht, dass ihr eure ganzen Karten, die etwas teurer sind mit Non-Rare-Karten beziehungsweise mit Untradable-Karten aufbessern könnt in eurem Team oder ersetzen könnt irgendwie, da diese in nächster Zeit auf jeden Fall deutlich, deutlich nach unten gehen werden. Dementsprechend, das ist auch das, was wir hier tun werden. Wir haben auch auf unserem Account schon investiert. Das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ich möchte euch trotzdem aber schon mal sagen, dass auf jeden Fall das 85er-Rating aktuell für 3.800 beziehungsweise einfach unter 4.000 Coins sehr, sehr lecker aussieht und sehr, sehr gut aussieht. Und da sind wir mit unserer Road to Glory reingegangen, bin ich aber auch mit meinem Main-Account reingegangen. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und wir haben unseren ersten Gold-Stürmer und zwar Alexandre Lacassette. Let's go! Und das Team sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, nachdem wir ein paar Upgrade-SPCs gemacht haben. Hier, die ein oder andere Tante muss noch raus und deswegen gehen wir in Squad-Battles rein. Denn was kann man in Squad-Battles am besten machen? Richtig, 500 Vorlagen und 500 Tore und diese 500 Vorlagen und diese 500 Tore haben wir gemacht. Wir haben wirklich alle ganzen Aufgaben in dem Bereich gemacht und haben 500 Vorlagen gemacht und irgendwie 400 Tore oder so, damit wir jetzt richtig krasse Packs haben. Ich meine, schaut euch das an. 15 Spiele, 102 Tore. Ich meine, ganz normale Statistik für so einen ganz normalen Spieler. Alexandre Lacassette hatte zwischendurch Bock für vier Tage verletzt zu sein. Dementsprechend hat er vier Spiele oder so nicht gespielt. Und das war auf jeden Fall das Team, mit dem wir die Squad-Battles gemacht haben. Jetzt kommen wir aber nicht zu den Squad-Battles, sondern wir kommen jetzt auf jeden Fall zu den P-P-P-P-P-P-Packs, die wir jetzt haben. Und zwar, wir haben richtig dicke Packs. Ihr könnt noch mal die ganzen Ziele einmal sehen, was wir alles abgeschlossen haben. Wir haben die Tante abgeschlossen. Easy going. Wir haben das nächste Gold-Pack abgeschlossen. Easy going. Wir haben hier die nächsten Bonis abgeschlossen. 400 Coins in the Tash. 200 Coins in the Tash. Let's go. Dann haben wir die ganzen Choreo-Packs, die wir nicht spammen können. Die können wir nicht skippen. Die Choreo-Packs können wir nicht skippen. Das ist einfach immer noch bodenlos. Auf jeden Fall kommt hier das ein oder andere nächste Gold-Pack noch dazu. Dann seht ihr hier auf jeden Fall die ganzen Vorlagen, die wir alle abgeschlossen haben. Wir haben 400 Vorlagen abgeschlossen, damit wir diese Packs bekommen. Und diese Packs haben wir jetzt endlich bekommen. Und bei den Abschlussmeisterungen sind wir auch ziemlich, ziemlich weit gekommen. Haben auf jeden Fall alles mitgenommen, wo wir die Packs mitnehmen können. Deswegen haben wir auch hier wieder dicke, dicke Packs. Let's go. Und nochmal 100 Coins. Und 250 Coins. Gib ihm. Und wir fangen als allererstes auf jeden Fall mit dem Pack-Opening an. Und da geht's an die linienfarben Packs, weil wir die nicht skippen können. Aber ich möchte euch damit auf jeden Fall nicht aufhalten. Deswegen gehen wir direkt straight in die richtigen Packs rein. Und als erstes kriegen wir McTommy. Nee, der ist irgendwie, naja, was soll ich sagen? Aber ist okay. Ich will auf jeden Fall in diesem Pack-Opening herausfinden. Oh, wir haben Benner sehr gezogen. 84er, sehr, sehr stark. Ich will in diesem Pack-Opening herausfinden, in welche Richtung unser Start-Team geht. Wir müssen auch noch für ein Evolution-Spiel entscheiden. Oh, wir haben ja das Delict gezogen. Auch sehr geil. Und irgendwie müssen wir gucken, wird das jetzt ein Serie A-Team? Wird das jetzt ein Premier League-Team? Welche Spieler ziehen wir jetzt in diesem Pack-Opening gerade eben, die unser Team weiterbringen? Weil wir müssen noch die Weekend League zocken. Wir müssen das Ganze auch noch live streamen und Weekend League zocken. Dementsprechend kommt heute auf jeden Fall vorbei. Abends wird dann noch gestreamt. Und jetzt haben wir den nächsten Italiener gezogen. Und wir haben Politano. Und ich sag's euch ehrlich, ein kleiner Spoiler an der Stelle. Politano fühlt sich in-game sehr, sehr gut an. Denn er hat es auf jeden Fall in unserem Main-Team geschafft. Und jetzt haben wir einen Innenverteidiger aus der Serie A. Und zwar Bremer. Let's go. Als Werderaner zieht man gerne den Bremer, sag ich dir, so wie es ist. Simons ist auch noch mit drin gewesen. Und das war auf jeden Fall das Pack an der Stelle. Und ich glaube, mittlerweile ist allen von uns klar, das Starter-Team geht in die Serie A mit Giro Immobile. Ist das nicht geil, ist das geil. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar spielbare Karten bekommen aus der Serie A, die unser Team auf jeden Fall um einiges aufwerten. Aber schaut euch bitte an, was die mit Aubameyang gemacht haben. Was sind das für Werte? 87 Sprint-Tempo, 77 Antritt. Was ist das denn? Das kannst du keinem erzählen. Die haben den wirklich auseinandergenommen, so wie Thiago Silva jedes Jahr aufs Neue. Und wir haben den nächsten Italiener. Wer wird da sein? Es ist der Marco. Let's go. Wir haben Marco Verratti gezogen. Aber schafft er es in unser Team oder nicht? Weiß ich jetzt noch nicht genau. Berratti ist auch noch im Pack gewesen, auch ein 85er aus der Serie A. Und jetzt, ich dachte erst Mbappé, aber es ist besiegelt. Wir ziehen Magna und haben damit auf jeden Fall ein Serie A Starter-Team. Let's fucking go, man! Und Süle haben wir auch noch drin und den ewigen Buskets auch. Als nächstes mussten wir uns einen Rechtsverteidiger kaufen und ich habe mich für Dodo entschieden. Dodo ist straight in unser Main-Team gegangen und als nächstes musste ich mir noch einen Stürmer raussuchen für unser Team und habe geguckt, welche Serie A Spieler sind günstig und haben irgendwie so gute Playstyles, die einem irgendwie irgendwann ein bisschen weiterhelfen könnten. Und ja, da am Ende habe ich mich dann für Muriel entschieden, wegen seinen Playstyles. Die fand ich einigermaßen gut für einen Preis für 750 Coins. Haben da also auch nichts falsch gemacht und das ist jetzt unser Team. Schaut euch das an. Nach einem Tag FIFA haben wir ein komplettes Gold-Team mit Magna, mit Immobile und wir machen jetzt immer noch nicht Schluss mit der Road to Glory. Nein, wir gehen jetzt ins Trading rein. Und ich habe mir schon gesagt, dass ich meine Coins investiert habe auf dem Account. Das werdet ihr im morgigen Video sehen. Auf jeden Fall seht ihr jetzt in diesem Video die Chemistry-Styles-Methode. Diese Chemistry-Styles-Methode habe ich euch schon vor einigen Wochen in den Videos gezeigt. Also schaut da einfach gerne vorbei, wenn ihr Bock habt. Aber das ist eigentlich ganz simpel und ganz easy. Man erbietet sich die Karten günstig und stellt sie ein bisschen teurer rauf. Und so haben wir das Ganze auf jeden Fall mit Catalyst gemacht. Für 350 bis maximal 400 Coins gekauft und für 600 Coins 550 Coins draufgestellt. Und dann haben wir noch Glove erboten. Glove funktioniert aktuell sehr, sehr gut im Low-Budget-Bereich, weil man halt wirklich nichts falsch machen kann. 150 Coins erbieten, 250 Coins draufstellen und so ist die finale Team geworden. Hast auf jeden Fall ein Like da, wenn das Ganze euch gefallen hat. Für die erste Road to Glory. Und Freunde, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, wenn ihr neu seid. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch noch die Glocke aktivieren. Mich würde es auf jeden Fall extrem freuen. Und Leute, bis zum nächsten Video und heute Abend den Stream. Ciao.